In diesem Video geht es heute um die Längenmasse und ihre Umrechnung. In früheren Zeiten waren die Längenmasse vom menschlichen Körper abgeleitet, zum Beispiel eine Elle, die Länge eines Unterarms, ein Klafter, die Armspannweite eines erwachsenen Mannes, ein Fuß, die Länge eines Fußes oder eine Spanne, das ist der Abstand zwischen Daumen und dem kleinen Finger, wenn die Finger abgespreizt sind. Hier siehst du zwei Ellen am Stephansdom befestigt. Die obere, kürzere, ist eine Elle für feinere Stoffe und die untere, längere Elle ist eine Elle für Leinenstoffe. Nun kannst du dir vorstellen, dass diese Maße natürlich nicht sehr genau waren, da eine Elle teilweise in einem Ort unterschiedlich lang war oder ein Fuß unterschiedlich groß. Wollte man also etwas messen, also vergleichen mit einer festen Maßeinheit, war dies nicht immer einfach möglich, da eben die Vergleichseinheiten unterschiedlich groß waren. Deshalb kam man dann auf das sogenannte Uhrmeter, das war ein Metallstab mit zwei Markierungen, die im Abstand von genau einem Meter angebracht waren. Ab 1960 wurde dieses Uhrmeter abgelöst und zwar wurde dann ein Meter definiert als eine gewisse Wellenlänge eines bestimmten Lichtes. Später wurde dann ein Meter mit Hilfe der Lichtgeschwindigkeit festgelegt. Ein Meter ist also die Einheit der Länge. Ein Meter ist 10 Dezimeter, ein Dezimeter sind wieder 10 Zentimeter und ein Zentimeter sind 10 Millimeter. Bei der Umrechnung gibt es allerdings eine Ausnahme und zwar ist ein Kilometer 1000 Meter. Hier siehst du nun noch einmal die Umwandlungsschritte. Von Groß auf Klein wird multipliziert, die Umrechnungszahl ist 10 bzw. von Kilometer auf Meter 1000. Hier nun in die umgekehrte Richtung. Von Klein auf Groß wird dividiert. Die Umrechnungszahl ist wieder 10 bzw. von Meter auf Kilometer 1000. Willst du also nun Längen umrechnen, musst du die Umrechnungszahl 10 im Kopf haben. 6 Zentimeter mal 10 sind also 60 Millimeter. 14 Dezimeter sind in Zentimeter 14 mal 10 140 Zentimeter. Und 80 Zentimeter sind in Dezimeter 8 Dezimeter. Mit Hilfe so einer Umrechnungstabelle kannst du ganz einfach gemischte Längenangaben umrechnen in eine gewünschte Längenangabe. Wir haben hier zum Beispiel in der ersten Zeile 2 Dezimeter und 3 Zentimeter. 2 Dezimeter und 3 Zentimeter. Das würde jetzt beispielsweise 23 Zentimeter ergeben oder wenn ich noch eine Null ergänze 230 Millimeter. 2 Meter und 34 Zentimeter sind 234 Zentimeter. Oder wieder die Null ergänzen 2340 Millimeter. 9 Kilometer und 7 Dezimeter. Dazwischen müssen wir nun die Stellen bei Meter auffüllen und zwar mit Null. Und du kannst nun ablesen, 9 Kilometer und 7 Dezimeter wären 90.000 und 7 Dezimeter. Zu guter Letzt noch 50 Meter und 7 Millimeter. Die leeren Stellen müssen wieder aufgefüllt werden und ich erhalte 50.007 Millimeter. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde. Danke. Du bist jetzt hinten.